servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal und nein in diesem video helfen wir nicht erzmagier khadgar bei was auch immer er gerade von uns möchte das kann man notfalls noch mal in einem anderen video thematisieren sondern wir machen heute wieder ein volt opening es wird eine relativ kleine volt da ich wieder nur mit einem char das ganze gespielt habe macht aber nichts denn hoffentlich ziehen wir ein richtig richtig gutes item ihr seht ich bin aktuell 509,6 item level ist jetzt im vergleich zu den leuten bei mir im raid immer noch mit abstand das schlechteste also man merkt dass ich nicht so viel gespielt habe zuletzt dementsprechend hoffen wir auf ein gutes volt item waffe ist eigentlich wurscht würde ich so ziemlich behaupten denn da holen wir uns diese woche über die weekly quest gibt es ja zwei bronze barren da hole ich mir vakasch die führer waffe einen kopf bräuchte ich eine halskette werde ich mir craften diese woche also die brauchen wir auch nicht unbedingt ein rücken wäre ganz nett der ring ist noch ziemlich shit und ansonsten ja schauen wir mal was da so machbar ist jetzt wir haben zwei mythisch raid slots wir haben eine 10er slot ein 10er slot aus mythisch plus also auch da ein bisschen was drin und ich würde sagen wir gucken jetzt einfach mal rein was wir da so haben okay das sieht um baby das sieht schon teilweise gar nicht so schlecht aus wir haben den kopf den ich meinte wir haben einen sehr sehr guten ring am start ich gehe davon aus dass höchstwahrscheinlich der kopf am besten sein wird hätte jetzt nicht unbedingt der tset kopf sein müssen es gibt auch noch andere mit ziemlich nice hast mastery die ich bevorzugt hätte aber wir schauen jetzt einfach mal ich hau den krimskrams jetzt einfach mal in das simulation craft addon da können wir eigentlich alles durch simulieren außer das trinket das benötigen wir nicht und dann klicken wir auf find top jetzt habe ich ja schon zigmal gezeigt auf meinem main channel wie das funktioniert was ihr da machen müsst und so weiter ich denke nichts desto trotz dass der kopf am besten sein wird einfach weil es hier wie viel in 338 intelligenz sind die ich mehr bekomme der regen ist tatsächlich auch ziemlich geil wobei 1494 meisterschaft und ich brauche gerade gar nicht mehr so viel krit etc deswegen bin ich mir gar nicht sicher ob nicht vielleicht und tatsächlich 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 ähm ist der ring das beste item an dieser stelle hätte ich nicht unbedingt gedacht ähm spielt wahrscheinlich auch mit rein krit tempo krit tempo ok die stats sind gleich gut ich verliere hier einen sockel das kann natürlich sein dass dadurch der kopf nicht so krass ist der gürtel hätte ich sowieso nicht genommen die neuen item level machen den kohl jetzt auch nicht fett das gleiche gilt ungefähr für die armschienen die haben halt nicht die besten stats und meine die ich jetzt anhabe könnte ich rein theoretisch auf 522 noch aufwerten und der ring low haste dick fett meisterschaft der ist halt schon ziemlich ziemlich stark da muss ich jetzt mal kurz gucken ob der nicht vielleicht sogar best in slot ist mit äh den ganzen mengen an ringen ok ist es nicht einmal gecrafteter ring und einmal äh brutfüterin diurnar aber macht nichts wir nehmen den ring mit haste mastery ziemlich saftiges teil an dieser stelle den kann man sich schon mal gönnen und das müsste einen extremen boost an meisterschaft jetzt geben äh wenn wir da mal kurz reinschauen einmal ziehen wir das ding an und hüpfen ich bin so dumm ich bin so dumm ich hab den schon alter ich bin so dumm ich hab nicht aufgepasst das war der dickste fail den ich je in einem vault opening gemacht habe das war mit abstand der dickste fail den ich je in einem vault opening gemacht habe deswegen ist auch der unterschied da relativ gering und es bringt uns halt so gut wie gar nichts an item level jetzt holy shit hab ich reingeschissen also letzten endes hätte ich den kopf nehmen müssen 522 ähm theoretisch laut dps gain ist der ring immer noch besser als der kopf um 100 was ich sehr sehr verwundernswert finde ähm und irgendwie nicht so ganz mir vorstellen kann aber ja schön reingeschissen das war dafür könnt ihr mich jetzt gerne flamen ähm hilft leider nix da jetzt groß irgendwie dran rum zu kritteln oder sonst irgendwas ähm ähm ja das war richtig 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 scheiße und ich ärgere mich gerade brutal darüber ähm was soll ich sagen ähm hätte nicht viel schlechter laufen können aber gut das ist mir glaube ich jetzt zum ersten mal passiert dass ich dermaßen dumm war was das angeht ähm ich weiß ich weiß nicht was ich weiß nicht was ich dazu sagen soll vielmehr fällt mir dazu nicht ein ein richtig bitterer tag und vor allem weiß nicht selbst wenn der helm nicht so viel dps gewesen wäre was ich mir irgendwie immer noch nicht vorstellen kann aber es hätte mich halt locker auf weiß nicht 511 oder so item level gebracht ähm allein dafür hätte ich es wahrscheinlich schon machen sollen siehst du das passiert wenn man teilweise nicht richtig aufpasst ich hatte absolut nicht im sinn dass ich den ring schon an hatte und hab nur drauf gegeiert dass ich da einen 489er hab den ich endlich loswerden kann und somit haben wir richtig schön reingekackt nun denn wie dem auch sei ich danke euch fürs zusehen äh flames bitte in die kommentare sie sind gerechtfertigt an dieser stelle und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.